Musik 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 12 schon mal rückgabend? Ja jetzt, jetzt ist schon Wie sieht das denn in den Arm, wenn du aufhine gedrückt bist? Jetzt gehts Ok Gut Gut, dann starten wir, oder? 3 2 1 Los Hallo und herzlich willkommen hier bei Folge 2 auf den Server Wieder mit unserem Klopapier hier In Let's Play Together Servus So, unser Klopapier war brav am meinen Ich hatte keine Zeit, deswegen hat der das übernommen für mich Ja Gemein Wäre ja sonst ein bisschen zu langweilig zum zugucken hier Genau, deswegen habe ich mir gedacht Hier haben wir schon mal ein paar Sachen einfach so reingetan Zinn Eisen Kupfer Damit wir gleich mal Vollgas loslegen können hier Los Hier haben wir jetzt Habe ich Ein paar Rubberbäume Gepflanzt Hmm Das halte ich schon Rubberbaba 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 Genau, Rubberbaba Weil die normalen Rubberbaba Dinger, die man so kennt, was man so kaufen kann Die gibt's nicht mehr Ne Die wurden ersetzt Ja, die haben sich zurückgezogen Hier hat einer geschmutz Hier hat einer geschmutz Oh oh Ich war das nicht Lalalalalala Von dem Baum wäre ich jetzt ja fast gestorben Soll ich, ich mach mal ein paar Bäume Ja, ich wollte gerade eine Axt bauen hier Ah, habe ich alles mit Aber wo bauen wir unser Haus? Mitte, oder? Äh Dass wir außen rundherum Ja, direkt Mitte würde ich fast Oder Mitte und dann außen rundherum Die ganzen anderen Sachen sozusagen Naja, wo ist denn die Mitte nochmal? Hier ist die Mitte Ja, der Wald gehört immer weg Damit wir Platz haben Hat er so armselig mit so einer blöden Steinachse Ja, ja, ja Wer hat mir, ich hab mir schon so ne Safia oder halt Ne, 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 ne So ne Rubbi Rubbi, Rubbi Ja, die Dinger, die verwechsel ich immer wieder Rubbabi Baba Baba Aber dieser Rabababa ist nicht voll komisch Die Löcher aus dem Käse Dann ist gleich die Bolognese Was ist das? Genau Ach du mein ich Erfolge kein Durchblick hier Ne, hier riecht's nach Wald Hier riecht's nach Wald Hier riecht's nach Wald Ich rieche nix, Gott sei Dank Oh, ein bisschen Musik einschalten Den Ball Ja, aber weißt du was mir auch grad aufgefallen ist Wir können die Musik einfach in der Sand abspielen Das nächste Mal Dann hast du auch Musik Ja, genau Du brauchst keine Unterlagen Ja, genau Du sie Hier, siehste Haben wir halt die gleiche, aber ist egal Ja, das ist Da eigentlich quatschen hört man sowieso immer Ja Und wenn ihr natürlich hier irgendwie irgendeine Form Wünsche habt oder Anregungen Vorschläge, Anregungen, vielleicht ein paar Themen worüber man mal reden könnte oder was euch interessiert oder so Einfach drauf losschreiben Schreibt's in Kommentare Schreibt Privatnachrichten Meldet euch Genau Kommt einfach TeamSpeak, hasst uns alles und sagt Alter, mach ich das mal anders Ja genau Hier, ihr zwei Vollpfosten Genau Nehmt mal zu, dass ihr hier mal was geschissen kriegt Ja Wenn ihr schon Club of Webbit habt, dann scheißt mal so richtig die Sachen hin, ey So, so kann man das mal Ne, dann hat man vielleicht auch mal was so Wenn man mal so nebenbei am Craften ist oder so Wo man drüber reden kann Was auch die User interessiert, ja Ja, genau Was euch interessiert Nicht immer das was uns interessiert Sonst Sonst reden wir nur dumm Zeug Reden nur dumm Zeug Ja, was wissen sonst denn reden Wir sind auch dumm, weil so können wir nur dummes Zeug reden Reden sowieso nur dummes Zeug den ganzen Tag Ja, du bist doch dumm, also Passt das eh So, wird jetzt nicht bald mal hier die Weltkugel zu Ende sein, nee Du weißt eh, das ist ne Scheibe, keine Kugel Aufpassen, dass du runter fliegst Ich sitze im Baum Ich sitze im Baum Ich sitze im Baum Ich sitze im Baum Affe Wo bist du? Wo ist ein Affe? Wo ist ein Affe? Töten Wo bist du denn? Ey du Affe Nein I don't see you Ich hab schon wieder Ah, warte ich muss mal Ich habe mein Texturmpack hier wieder reingetan Ja Ja, ich hab mein, mein Texturmpack Ja, mein Texturmpack ist Fischung aus allem, falls euch das interessiert Meist ist Minecraft becharnt Aber Ja, das ist auch der Grund meines Texturmpacks Und dann hat einfach die Mods von verschiedenen zusammen geklappt Ja, ein bisschen verändert, ein bisschen das, die und jene sind Ein bisschen da geklaut, ein bisschen da geklaut Leider habe ich noch nichts für Klopapier gefunden Und Irgend so eine Textur müsste das mit Klopapier machen Ja, also irgendwie schon Das wäre Ja, okay, wir haben ja wohl ein Klo Das gibt's ja Ha Das ist mein Mein Reich Weil ich ans Kopf Mein Blog Mein Reich Da schreib ich dann Da schreib ich dann Mein Reich, Jan Weil besser wird das Reich Klopapier ist Reich Es gibt sogar Klopapierrollen, glaube ich Wäre ja geil Ich glaube, ich weiß es nicht Also wird das geil Schubpapier Ich würde mir direkt eine in dir Die ganze Zeit in die Hand nehmen Ich glaube Bäume mitfällen Hey So, jetzt reicht aber schon, oder? Jetzt machen wir jetzt schon mal ein bisschen die Plätzchen hier Jetzt sind die Nacht hier Machen wir hier ein bisschen Holz Ja, wie ihr seht hier Ich habe schon mal ein paar Backpacks gemacht Achso, hast du noch Das ist mein Gen eben ein wenig Hast mehrere gemacht, oder? Ja, ich habe mir jetzt drei Stück gemacht Ja Ja, wie ich gerade aufgefallen Ich hatte eigentlich ein Achso, die Textur hat sich geändert Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist Okay, Crafting tape Ja, der ist cool Aber das Problem ist, dass das Wenn da dann leer ist Also klein ist Ja So ein bisschen hier zur Seite machen Wie machen wir das Haus da? Ja Ja Ähm Ja Ein bisschen Ah, das Eisen können wir ein bisschen zu riechen Ja, das würde ich Ja, das würde ich Ich würde ja Refeinderteisen brauchen wir für einen Maschinenblock Ja Und dann würde ich schon anfangen an die Maschine mal kräften, damit wir maserieren können und so Ja Brauchen wir nur mal einen Maserato-Ofen können wir ja den Steinofen noch benutzen Ja, dann Generator brauchen wir auch Ja, dann brauchen wir ihre Refeinderteisen dafür Ja, mache ich gerade hier vorne Hilfe eine Ja Ja Wir brauchen eine Machst du den Generator, soll ich den machen? Ja Ich bin gerade dabei Fackeln zu machen ein paar Oder mache ich den Generator Oh Kann ja mal schauen, was der Maserato kostet So Maserato Ja 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 Ich bin Ach nein Hilfe Ich bin viel Hilfe Mama Mami Naja, ich bin ja gestern voll abgelost wieder Deswegen habe ich leider mal einen Canning Maschinen Maserato Was soll ich jetzt mal Wenn ich denn jetzt so vergesslich wäre Ich durfte das den Generator machen Achso, ja Das dürft ihr mir auch wieder nehmen Nein, Mami Ich bin so vergesslich Ich bin so vergesslich Ja Früher ist da Früher ein Alzheimer oder wie nennt man das? Ach, ja So, Maserato Ich krieg schon so lange nichts mehr Verhält, das ist ja voll arg, was du da brauchst für diesen Maserato Finneblock Denn wir kennen das nicht kräften Warum? Wir müssen zuerst in den Netta Wieso? Advanced Maschinenblock Advanced Maschinenblock Advanced Streitkreis Advanced Maschinenblock Advanced Maschinenblock Ah ein Kleber, da kommt ein Kleber, da kommt ein Kleber. Du hast jetzt eine Hose eingesammelt. Ja. Sieh'n das? Osmium Leggings, cool. Osmium. Gib mir ein Nether, wir brauchen ein Closedone. Ahhhh. Das heißt, wir brauchen Baumaterial. Gib mir ein Nether. Das hier weg. Und nochmal eine Axt. Hier kommt schon wieder so'n verdammtes gesnitten. Verduft. Gesnitten. Na na na. So, von wie aus können wir gehen? Ich bin hier zum Wehrwolf. Wehrwolf. Die Bösewicht. Hello Brian, werde ich hier. Hello Brian. Rottenfleisch, brauche ich kein Schwein. So, gemacht. Mach das. Alter, was die Monster sind ey. Da kriegt der. Was gibt's? Baumgädel. Oh, Quipa. Wo? Hinter dir. Echt? Nein. Nein, au. Mami, Mami, Mami. Was ist denn? Komm raus da. Boah, was ist denn hier? Oh. Oh, äh. Äh. Moment. Mach gleich zu fertig. Geh mal. Ey, ey, lass dich verbrügeln. Lass dich verbrügeln. Hab ich hier den Chat die ganze Zeit zugespampt. Hab doch hier n... So. Hier, diese Tür. Also, ich heiß dich gleich aus'n Angeln hier. Haha, voll kacke die Tür. Oh Lumpen. Ich hau mir mal Apfel in die Birne. Lass dich auseinander, du Lumpen. Alter, wie sich da was schüttert ey. Kann mir wohl nicht wahr sein, ja. Boing, boing. Ding, ding. Ich freu mich schon, wenn wir da ein Quantum Rüstung zu haben, ey. Ja, immer dieses Ding. Kleine Flummi. Ding, ding, ding. Ah, die Tür ist echt. Du. Ach, ah. So. Ja, komm mit deinem Verein, also. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Jetzt sind wir wieder beim Sport. Ach, guck mal wer da ist. Da sind unsere Lila Lion. Lila Leone. Lila Leone. Lila Leone. So, jetzt geht's nieder. Ab in den Krieg. Oh, hier. Ja. Voll die Eisentür ey. Wenn ihr mal auf den Zerker kommt, hier, das ist alles schon, wie ihr seht, schön vorgebaut. Da hinten haben wir schon mal. Mein Waypoint, ah ok. Hast du Waypoint gesetzt? Ja, ja, ich hab hier Waypoint gesetzt. Ich mach auch lieber einmal, sonst. Ach, guck mal einen an. Hier, jetzt war schon einer. Hey, da, oh. Ja, wir sind ja ein bisschen spät dran hier, nieder. Da waren sicher schon einige vor uns. Ja, mit Sicherheit. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, da waren schon einige. Ja, ich komm auch da rüber hin. Diese Versicherungsvertreter, ja, die sind in den Heizermänien da. Was sind das? Äh, hier hinten geht's nicht lang. Komm mal da nicht drauf, da. Da kommst du rauf, da. Da oben, das hab ich doch nicht gesehen. Aber ich bei meinem Glück, weißt du. Das ist so. Aber ich mit meinen, ne? Komm, hier hinten lang. So. Ja? Ja. Auf Solzend. So, so. 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 leuchtet so wie, jetzt gibt es die Werbung, die so Agulea Agulea Möller Danke Agulea Ja, ist immer so cool wie die das sagen, ey so in der Zeit verzögert und so langsam und so Ach nur Lava, ich hab meine die Hose gleich, aber ist ja egal Du hast die Hose voll? Ja genau, das ist halt der Vorteil wenn man mit Klopapier zusammenspielt, dass man immer wenn mal was daneben geht ist der Film Genau Man hat immer Klopapier bei sich so zack Na ne, da ist echt, da hab ich echt sau Angst Kolbudin ist auch da Och, jetzt sind der Klopapier Alle da Alle da, da, da Alle da, ne, alles da, da, da ist für unsere österreichischen Freunde Genau Dürften das erkennen Ja, irgendwie ist das Also ich hab 50 Klostein Vorher angefangen auf schon eher wie soll ich sagen fortgeschrittenen Level gespielt hat weil da musste man nicht mehr farmen gehen Klostein war da und so, das ist schon alles bisschen ungewohnt Ja Da denkt man nicht dran Und da wir ja Cracktech drauf haben sind die jetzt, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hoffe ihr nennt mir das nicht übel wenn da manches Mal nicht klappt Ja, weil einfach Das erste Mal mit Cracktech Genau Das ist nichts ohne Und hab da vorher überhaupt keine Erfahrung mit gehabt So Blöde Musik Deswegen Ja Ja Ich auch nicht wirklich überhaupt mit den neuen Gewächten Da ändert sich ja wirklich ständig was Ja Also ich hab Boah Endlich hier von dem scheiß Plattform da runter Ja ich hab auch ein bisschen Das reicht mal, ich denk mal vorerst Ich hab jetzt äh bisschen übern Stack Ich hab 50 Sollte eigentlich reichen, ne Ja So So Die du im Fahrstuhl Ding 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 Du denkst natürlich wieder Ehhh Eingang Eingang Wo bist du? Hier ist er Ja Mal um die Hütte Ey Welch auch Hehe Dankeschön Danke schön Eich komm ich tut die Tür Aber wir haben uns auch gespielt, wir hätten uns nach Norden verziehen sollen und eins damit mal dann hätten wir nur immer geradeaus laufen brauchen jetzt würden wir genau in die verkehrte Richtung laufen ja, immer dann müssten wir auch mal pressure plates anbringen ja das können wir ja dann mal machen bei Gelegenheit genau das ist halt so irre krank hier wenn man so läuft und alles so weiß ist man sieht nichts und vor allem wie die Welt sich hier so aufbaut genau, da kommt vorne so ne riesenku baut sich die kurie vor uns auf ja, ich bin schneller ja ich glaub ihr habt den cobblestone hier auch schon gesichtet ja genau das ist ein guter Phil aka Klopapier ein Klopapier ey alter ich hab das netter 1,2,3 4 verschiedene Erde raus geholt echt? salpeter rite? salpeter rite das salpeter rite? ey weißt du was richtig ist salpeter ah ich vergiss das das ist immer das Thema das Thema das Thema man liest es richtig und spricht es falsch aus salpeter rite? ach da ist der schaden schaden nylos spalere rite oder wie das heißt spalere rite? das wird ja immer schön ja schau liest das mal das ist genau wie mit dem pürit zink und jellow granit ach du schade fallere spalere spalere ja ja ich kann mal nicht mal auspielen den kacke so jetzt ab was er redet jetzt wird Zeit mal hier ja ich bin hier grad rubberbar rubberbar dreimal diamanten das ist genau wie mit dem dem petro petroleum petroleum petro kacke schreibs mal bitte in die Kommentare wie heißt das? heißt es petroleum? genau der ja oder petroleum also eins für petroleum und zwei für petroleum und oder drei für was anders ja oder genau oder die drei für was anders und was mich auch noch interessieren würde was ihr mal schreiben könntet wer sagt ihr gravel oder sagt ihr gravel gravel eins für gravel wir haben uns heute darüber gestritten 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 haben wir uns österreicher du ja wir haben uns gestritten wir haben uns gestritten ich bin zu viel mit österreicher zusammen hier und dann hätte ich jetzt nicht ja gehoff ey nein wir haben uns darüber gestritten weil manche sagen gravel gravel manche sagen wieder gravel oder gravel das ist ja voll komisch das würde mich echt interessieren schreibs mal rein so jetzt kommen wir mal wieder hier ja viermal flint oder flient flient ja ich bin natürlich mal wieder der der hier eigentlich nur ich ich bin der der nichts macht grad mit da so äh rede glaube ich eindeutig zu viel viel zu viel hast du irgendwo refiner die scheiße eisen ja ja refiner die scheiße eisen hab ich gemacht bun ja hab ich im inventar hier schmeiß ich dir hin ich brauch hier einmal die klotz der eisen schau ich schenk dir was ich will nix haben ach doch so jetzt machen wir nochmal hier das gibt übrigens kein sticky resin mehr doch das gibt es schon noch machst du kabel oder ja 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 ich mach kabel aber das gibt es jetzt hier die neue die neue voll die variante da voll die gerechte das ist hier hier rubber das ist ganz anders voll die andere rubber rubber bar heißt das jetzt rubber bar ich brauch auch hier ne scheitkreis rubber bar falls du ein crafters ich hab sechs ne ich brauch die batterie da kann ich dir fünf kabel kann ich dir schon mal geben sechse brauche ich ja dann und ich brauch äh hast du noch refinet oder muss ich durchschmeißen äh ich hab noch hier liegt vor mir gut äh zinn brauche ich vier redstone brauche ich zwei haben wir noch irgendwo die gummikacke ja hab ich schon bin ich schon am durchbrennen passt ich brauch nochmal noch auf den gummiförschaltkreis und das alter das mit rezept ist so dünnlich dass da alle durchswitchen ne ähm hast du hast du refinet iron noch ja warten kannst du noch haben ich brauch ich brauch drei da acht 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 so die zeit wär auch wieder um ach den mach ich noch schnell fertig den mach ich noch ja wir können ja noch eine folge aufnehmen gleich weitermachen dann nix so ta 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 dann lass mich noch den neblichen maserata machen und dann haben wir die ha ha ich weiß was ich mache was ein putzen auf klo oder das ja das sowieso ja ich setz den grundstein ihr müsst ihr müsst ja dabei sein ihr wart bei dem ersten spatenstich dabei dann sei der opel schon komm her ja ich mache das ist die karater hier noch acht zack so so 1 2 3 maserator fertig komme ich komme ich komme ja auf ihn ich lege den grundstein talalalalala wo fertig ist das haus was du da grundsteining ja grundsteining auf jeden fall das ist so die hinterwand denke ich mal wir werden einfach nur so ein kleines hauschen vernünftiges häuschen etwas größer brauchen wir wieder in die küche und das ganze rein machen bad scheißhaus ich habe es ist erst mal nur der peter machen wir das gleich anständiger ja gut dann ist das eben erst die technik geräusche des gesetzes da war die dabei der nachher wichtig das ist das wichtige was von dem gut ja dann war's das für die folge wie gesagt eins oder zwei gilt aus oder drei schreibt uns ich ich hoffe ihr beteiligt euch und helft uns dabei beim rausfinden genau ich hoffe euch gefällt auch was ihr seht wie gesagt meldet euch wenn ihr irgendwas habt irgendwelche themen worüber wir sprechen sollen können auch wirklich ernste themen sein können themen sein lustige themen kann alles sein einfach nur so zum wasser der freude was euch interessiert ja vor dem krieg krieg stirb nein ach du willst noch krieg machen kurz vorher in der perle ja so was das wird abschluss sehr gut die perle in der sieg also tschau leute bis dann tschau tschau tschau